Heute zeigen wir euch, wie man passend zum Kindergeburtstag köstlich bunte Schmetterlinge zaubert. Zuerst könnt ihr die Schokolinsen nach Farbe sortieren, dann schnappt ihr euch einen Amerikaner und teilt diesen einmal in der Mitte. Damit die Schokolinsen fest auf dem Amerikaner Halt finden, haben wir einen Kleber aus Puderzucker und Wasser angebrüht. Gebt einen kleinen Klecks auf die Schokolinsen und verteilt diese auf der Oberseite des Amerikaners. Schnappt euch einen Schokoriegel und legt dieser als Körper des Schmetterlings in die Mitte. Die perfekte Überraschung für die Kids, denn...